Ich habe doch H2 gedrückt. Och nö. Das war jetzt beschiss auf ganzer Linie. Mann. Kann ich den ganzen Weg nochmal nach oben, falls ich den irgendwie wieder finde hier. Achso, ja, ich bin ja hier. Genau, so bin ich ja noch oben. Muss dort rüber. Ach, ja, stimmt. Das läuft einfach nicht. Hm, wie ich das möchte. Komm doch, jetzt mal endlich. Na, endlich. So, ich glaube zwar nicht, dass ich das gebraucht hätte, aber... Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Hallo? Willst du mich verarschen? Jetzt soll ich da rüber? Ähm. Gut, es hat funktioniert. Oh, nein. Ich habe es nicht gesehen. Was soll ich denn hier? Ich weiß gerade... Ich habe gedacht, jetzt kann ich doch durchkriechen, aber ist nicht. Das macht es auch nicht. Das ist gerade echt komisch hier. Vielleicht kann ich aber... Ähm... Hier. Achso, jetzt kommt das noch hin. Ich bräuchte mal so langsam wieder ein Herz. Ein bisschen vermisse ich das dann doch gerade. Nice. Da haben wir es. So, jetzt aber. Wie komme ich hier rüber? Ah, alles klar. Ich sehe schon. Nein. Ach, bleib stehen. Wo auch immer du stehen mit deinem Magen möchtest. Genau. Geiles Deutsch. Da drüben ist noch ein Herz. Da komme ich auf jeden Fall hin. Das hole ich mir. So. Jetzt aber. Wie? Ich muss da ja auch irgendwie hochkommen, ne? Uiuiui. Oh. Ich habe gedacht, hier ist eine Scheibe. Gut, wenn du ein Kind bist, mir ist es richtig. Ah, so bin ich. Ah, alles klar. Gut, da hätte ich mich auch eigentlich schlauer anstellen können. So, dann gehen wir mal rein. Uiui. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ohne oder mit Eulen? Ohne Eulen. Hallo? Hier geht doch. Ach nee, das sind die ganz eigenen Dinger da, wo ich jetzt draufknicken. Ah ja, gut, alles klar. Ui. Das fand ich jetzt schon ein bisschen knapp, muss ich sagen. Wollen wir mal kurz. Muss ich dann auch mal aufhören, zu lachen. Das nervt teilweise dann doch ein bisschen. Da ist er. Ah, hier muss ich hin. Ja, immer ein bisschen auf die Fußspuren achten. Ich brauche aber das Herz hier unten. Das nehmen wir dann doch mal mit. Gehen trotzdem weiter nach oben, falls das geht. Aber es sieht ganz gut aus. Jetzt brauchen wir theoretisch noch ein oder zwei Schalter. Nein. Oh, er hat mich nicht gesehen. Er war zu grenzdebil, um das zu sehen. Das hätte mich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen in Schwierigkeiten gemacht. Aber tat es nicht. So. Alles gelb. Alles gelb. Ich muss aufpassen, ich darf hier nicht mit ihm zu Gründler, ey. So. Willkommen zur Preisverleihung. Du bist ja eh ein Gast. Oder so. Hallo? Bin ich jetzt hier richtig? Ah. 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 Das hat man gar nicht gesehen. Die tun sich von wemseiten ablichten. Da kann ich ja bloß hier runter. Die Tür kann ich hier rein. Close, close, close. Überall verschlossen. Ah, da vorne kann ich rein. Aber auch nicht so einfach. Ich muss mich halt auch noch ein bisschen hier umgucken. Ah, jetzt. Leichter Weg. Leicht zu finden. Gut. Kurz schauen. Wir müssen da rein. Also gehe ich erstmal hier lang hoch. Oder? Ne, warte mal. Wir gehen mal runter. Vielleicht. Hä? Macht doch keinen Sinn. Ich gehe jetzt nochmal da oben hin. Wir haben nämlich jetzt zwar wieder eine extra lange Folge. aber das ist mir eigentlich gerade vollkommen... Ah. Alles aus Gold hier. Ach du Kacke. Wow. Ah, ein Schlüssel dazu. Ah. Gut. Dass das nicht angezeigt wurde von dem Hut jetzt. Das wundert mich dann doch ein bisschen. Weil normalerweise wird ja gezeigt... Aha. Dort solltest du am besten... ...hin... ...damit es... ...mal weiter geht. Da oben ist irgendwas. Mensch, geh doch mal... Wom kommt denn die da nicht hoch? Jetzt. Ah. Okay. Oh, jetzt so viele Aha-Effekte hier. Wird man gar nicht. So. Hier hinten ist auch zu. Ne, da können wir dann... ...hier durch. ...hier durch. Hm. Da ist zu. Oho. Ähm. Das war jetzt natürlich ganz gut gemacht. Zum Glück zieht der Greifhaken alles... ...von alleine ein. Bup. 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 Wie dein Herz. Oh. Das war jetzt natürlich... ...irgendwie nicht gemein. Ah, hier ist der Schlüssel. Ein Geschenk. Nehme ich doch gern an. Ah, unsere letzte Kuh, die wir brauchen. Alles klar. Muss ich jetzt wieder rausgehen, oder? Oh, wenn... ...hier durch? Geht das? Tatsächlich. Dann geht es jetzt wieder wahrscheinlich hoch oder runter. Also, so wie die Lichter sind, geht es runter. So. Ähm. Geil. Los geht's. Guck, wen wir da haben. Ich denke, du hast zwar meinen kleinen Keller gefunden, oder? Dieses letzte Zeitsstück gehört mir ganz allein. Wenn du es willst, dann musst du es aus meinen kalten, toten Händen reißen. Easy, wir machen was. Aua. Aua. Der ist ja mal ganz spezielle Sorte hier. Aua. Hä? Hä? Ach gut, ich habe ihn. Oh, nice. Zwei Herzen gekriegt. Aua. Aua. Zeit, um zu bringen die großen Schäden! Na, komm noch. Ah. Ach, zum Glück habe ich den Strahl drin. Da freue ich mich dann doch schon ein bisschen. Na, komm. Na, komm. Aua. Komm her, komm her, ja. Ops. Was? Nicht gezählt? Aber jetzt. Ich frage mich, ähm, ob die Stärke dieses Strahls irgendwas ausmacht. Nein. Ich hätte vielleicht gleich draufschießen können. Oh, wieder zwei Herzen voll. Was kam jetzt? Hä? Oh Gott. Der Typ ist ja voll crazy drauf. Oh. Oh Gott. Ernsthaft? Entschuldigung. Aua. Oh, der Bossfight macht auf jeden Fall richtig mehr Spaß als der andere Bosskampf, den wir da hatten Nein Waffe Mann, der ist ja voll im Blutdrausch Lass uns ein kleines Vertrauensgespräch haben Setz dich, Lassie Oh, okay Seitdem du hier auf diesem Planeten angekommen bist, haben die Zeitstücke angefangen vom Himmel zu fallen Nun, ich kann verstehen, dass du denken würdest, dass sie dir gehören Ich verstehe es Aber wusstest du, dass sie die Zeit zurückholen können? Mit einem Zeitstück könnte ich mir die Trophäe zurückholen, die mir gehört Das ist richtig, der Verlust von Preis 42 Ich wurde nur zweiter Platz beim 42-jährlichen Bird Movie Award Ich kann mir das nicht vorstellen DJ-Boo schafft es, erster Platz zu werden Ich brauche nur ein kleines Setstück, um diesen Fehler zu beheben Kannst du nicht ein kleines Setstück mehr übrigen? Momentan haben wir eigentlich ganz gut Ich würde mal sagen, vielleicht könnten wir Danke, Lassie Du wirst es nicht bereuen Wir beheben diesen kleinen Fehler in der Geschichte und gehen wieder zurück Für einen makellosen Rekord Unglücklicherweise kann ich dir nicht erlauben, diesen Raum zu verlassen Ich darf kein Risiko eingehen Dass auch nur ein Wort nach draußen gelang DJ-Grün-Schnabel würde mich fürs Schummeln verspotten Es war mal, dass ich kennengelernt habe, Lassie Lebt wohl Äh, what? Hab ich eine Bombe auf dem Rücken? Erinnerst du dich an diese kleine Bombe? Dieses Mal ist sie an dir angebracht, anstatt an meinen Lieben gezogen Ja, Gigi Ja, genau Kreißding jetzt über drei Jetzt hast du doch mal ein Zeitlimmer, damit du dich hier Aua Oh, es ist Zeitlimmer, dass du dich hier mit dem Typen rum... Hab ich Schätzchen, Schätzchen Halte durch, ich werde deinen Weg finden, die Bombe zu uns schaffen Ja, hoffentlich Komm runter da Dann wird das Jetzt wird man hier nicht so extrem Danke dir, ich bräuchte aber trotzdem noch ein Herzen Wer seht ihr denn? Ja genau Ja genau, übertreib mal Aua Aua Ich will das Herz, ich will das Herz, ich will das Herz Ne, nicht pfeifen Au, schon wieder Habe ich ihn? Ich habe ihn Kamiamiha Hui So, ich werde Das hat jetzt doch länger gedauert hier Als ich angenommen hätte, dann werde ich nämlich Jetzt die Preisverleihung in zwei Parts Ähm Unterteilen Oder ich sagen Oh, spielen wir mal rein hier Ja genau, ich bin jetzt Ich bin jetzt 야 ång Untertitelung des ZDF, 2020